Musik 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 Ja, das war der Gerd Stutter mit dem... ... aus Herboltsheim. Musik 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 Manuel Scheer aus Wiederholzburg, Schweizer, der hier, den Astra F GSI, über die Piste Prügel. Mit der 101 geht es weiter, der Mann, der die Mütze mal gegen den Eberhaus getauscht hat. Seinen Kadett ausgegraben hat, ich hoffe wir sehen, wie er in Start-up verabschiedet hat. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat er mit dem Auto richtig viele Gesamtziege eingefahren. Das ist schon ein paar Jahre her, da er sich in der Nähe der Mütze mal gegen den Eberhaus. Das ist schon ein paar Jahre her, da er sich in der Nähe der Mütze mal gegen den Eberhaus. Das ist schon ein paar Jahre her. Und das ist schon ein paar Jahre her, da er sich in der Nähe der Mütze noch gemacht hat. Es ist ein paar Jahre her, da er sich in der Nähe der Mütze mal nicht beantragt hat. Auch hier haben wir den Eberhaus zu etwa die Mütze aus den Öl-Ausluft in der Hölle. Und das ist schon ein paar Jahre her. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020